Wie kann man sich vorstellen, dass Software im Bereich Railway-Verkehr eine Rolle spielt? Die Produkte, die die Kunden herstellen, sind sehr, sehr komplexe Produkte und in der heutigen Zeit geht es um Effizienzsteigerungen in dem Engineering von Fahrzeugen. Es gibt einen hohen Termin und auch Kostendruck. Die Komplexität in den Zügen ist entsprechend gestiegen und dafür braucht man vernünftige Engineering-Werkzeuge, die den Engineering-Prozess ganzheitlich unterstützen. Das heißt, vom Konzept über das reine Engineering bis hin zu der Fertigung, das ist das, was wir betrachten und da bringen wir auch eine ganze Menge Wert und Nutzen für den Kunden. Das heißt, Effizienzeinsparungen sind möglich in Höhe von 30 Prozent und größer.